Guten Morgen zusammen, Rechtsanwalt Pankala aus Köln, hier wieder aus meiner Küche. Und heute habe ich mich mit dem Thema, heute Morgen beschäftigt mit dem Thema Euro Money, weil das ist ja sowieso die ganze Zeit am Start. Es geht um die Kohle, von Anfang an ging es um die Kohle, weil der Euro so nicht mehr funktioniert. Und die italienischen Banken mit dem Ausbruch der furchtbaren Corona-Pandemie just zu dem Zeitpunkt eigentlich Pleite waren. Und jetzt muss Geld in den Markt gepumpt werden, noch und nöcher. Dazu gab es auch eine Entscheidung des Verfassungsgerichts, genau zum richtigen Zeitpunkt, dass das so alles hier nicht funktioniert. Dass es rechtswidrig ist, was hier gemacht wird von Seiten der EU. Die EU sieht es natürlich völlig anders und sagt, nein, 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 so ist es nicht. Was das deutsche Verfassungsgericht sagt, das interessiert uns überhaupt nicht. Wir werden einfach so weitermachen. So, und dann zeige ich euch mal, wie es aussieht hier in der Presse. Und zwar die BILD schreibt, neue Nachrichten, das wollen wir nicht. EZB warnt vor auseinanderbrechender Eurozone. Oh, jetzt ist es so weit. Jetzt kommen wir nämlich zu dem wirklichen Problem, was die ganze Zeit hier überlagert worden ist von diesem furchtbaren Virus. Das Geld ist nämlich schon ganz lange infiziert. Und ja, Ursula von der Leyen, da hat man auch noch jemanden untergebracht in Europa, der mitzieht. Nach Juncker ist es jetzt Uschi. Streit an dem Euro angesichts Mega-Rettungspaket, das die EU derzeit plant, zeigt das Risiko eines Euro-Szenarios. Davor warnt jetzt sogar die Europäische Zentralbank. Wer hätte das gedacht? Das sage ich schon seit Wochen, dass es genauso ist. So, und natürlich sehr geschickt soll auch keiner lesen. Und deswegen hier Bezahlschranke. Immer wenn es wichtig wird, gibt es die Bezahlschranke bei der BILD. Kann dann natürlich keiner lesen, außer man muss ein BILD abholen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, es wird hier auch weiter diskutiert in anderen Medien. Whatever it takes Urteil. Ja, also Lagarde sagt ja, whatever it takes. Ich pumpe immer mehr Kohle in den Markt rein. Und jetzt haben wir hier einen Abgeordneten, ich glaube von der FDP. Wer ist das genau? Genau, ein guter Mann hier, Frank Schäffler, der übrigens auch damals gegen die Pandemie, glaube ich, gestimmt hat, von der FDP, der will jetzt mal wissen, was Sache ist. Warum äußert sich denn keiner? Warum macht das der Herr Schäffler? Warum kommt jetzt die Kanzlerin und unser Finanzminister nicht mal auf die Idee zu sagen, das Verfassungsgericht hat uns doch jetzt hier ganz klar gemacht, so geht es nicht. Wir müssen mal mit der EU reden. Und wir müssen mal mit Frau Lagarde reden, die übrigens verurteilt worden ist, wegen Untreue. In welchen Unternehmen wäre der Finanzchef jemand, der wegen Untreue bereits verurteilt worden ist? Das ist doch absoluter Wahnsinn. Ja, aber nein, es muss der Herr Schäffler jetzt kommen. Vielen Dank an dieser Stelle für diesen guten Mann. Ja, ansonsten wird hier diskutiert, vertrauliche Gedankenspiele. Jetzt wird sich zusammengesetzt, Schäuble hat sich mit einer Truppe von Leuten zusammengesetzt. Und da wird über den Anleihenkauf diskutiert. PSPP und PPP, da werden Sachen, kein Mensch weiß, kein normaler Mensch weiß, was das alles ist. PSPP, so bla, bla, bla. So, es läuft einfach hinter den Kulissen ab, was hier mit unserer Kuhle passiert. Und die wollen jetzt beraten und haben da auch schon den juristischen Dienst vom Bundestag befragt. Wie können wir es irgendwie deichseln? Wir legen das jetzt zusammen und dann ist es dann doch nicht so. Aber das darf auch nicht von uns kommen. Das muss von Brüssel kommen. Das stecken wir denen dann und die bringen das dann rein. Weil die Verhältnismäßigkeit stimmt ja nicht mehr mit diesen Anleihenkäufen und auch diese 750 Milliarden jetzt in den Markt gepumpt werden sollen. Oh, 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 da ist richtig die Scheiße am Dampfen, Freunde. Und es wird mal wieder auch nicht vernünftig darüber berichtet. Es heißt, wir haben eine Talkshow gesehen, Anne will Solidarität. Wir müssen Solidarität zeigen mit den Südländern. Was heißt denn Solidarität? Die Leute verdienen dort mehr. Privat sind sie reicher als wir. Und wir müssen uns jetzt solidarisch mit Banken und reichen Menschen in Italien und Spanien zeigen. Das müssen wir. Das ist Solidarität, sehe ich immer so, mit Leuten, die vielleicht weniger Geld haben. Denen bin ich solidarisch, aber nicht mit Leuten, die nur ihre Knete haben wollen, die nichts sparen, die nichts einbringen, denen die Kohle rüber schicken. Das hat doch nichts mit Solidarität zu tun. Ich hatte hier einen Kumpel in der Kölner Südstadt. Der war eigentlich hier überall bekannt. Der hat sich bei jedem Kohle gelegt. Kannst mir doch mal 20 Euro, 50 Euro, nochmal den Betrag leihen und so. Und er hat von einem zum anderen verschoben. Hat er immer von dem einen die Kohle geliehen, an den anderen zurückgegeben, damit der ihm wieder was leitet. Das ist so ein Schneeballsystem. Genau das Gleiche ist hier auch. Genau das Gleiche ist hier auch. So, zum Schluss hat natürlich keiner von ihm die Kohle zurückbekommen. Das ist doch klar. Als ich das rumgesprochen hatte, dass der die Kohle nur verbrät, nur versäuft, so, da hat ihm irgendwann keiner mehr was gegeben. Aber das hat lange gedauert. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Leute es kapiert haben. Wenn du einem Pleitegeier Kohle gibst, ja, dann kriegst du es nie zurück. So ist es eigentlich. Und was die Politik anbelangt, da sage ich, bitte, wozu haben wir ein Verfassungsgericht? Ihr haltet euch nicht daran. Ja, ich erinnere jetzt hier nochmal an eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes zum, was haben wir hier, zum Wahlrecht. Ja, vor acht Jahren hat das Verfassungsgericht gesagt. Das geht so nicht mit dem Wahlrecht. Das ist verfassungswidrig. Ist es bisher geändert worden? Diese Überhangmandate und so weiter? Nein, es ist nichts passiert. Und genauso passiert hier auch nichts. Man versucht es wieder irgendwie zu deichseln mit irgendwelchen neuen Namen hinter den Kulissen und so weiter und so fort. Ja, ich kann das zum Thema Geld nicht ganz gut erklären. Ich habe da einen Abgeordneten gefunden, da habe ich heute auch in seinem Büro angerufen und was gefragt. Aber jetzt hier, der Herr Böhringer, der kann das auch noch weitaus besser erklären, warum das alles so nicht geht und was daran so schlimm ist. Ich lasse das Thema kurz abspielen. Das Haushaltsrecht des Bundestags ist als Königsrecht und vielleicht letzte Bastion deutscher Souveränität verankert. Im Artikel 110 des Grundgesetzes, der Merkel-Macron-Vorschlag, stellt es zur Disposition. Eine begrenzte Einzelermächtigung über 750 Milliarden ist ein schlechter Witz und zugleich ein Dammbruch. Wenn dieser Damm einmal gebrochen ist, dann wird Brüssel immer wieder riesige begrenzte Einzelsummen zulasten deutscher Bonität aufnehmen und sie großzügig in Südeuropa und Frankreich verteilen. Das geht auch im Billionenbereich und es ist immer noch, der Herr Jung-Doktrin folgend, eine begrenzte Einzelermächtigung. Es ist so absurd. Meine Damen und Herren, nur Staaten dürfen Steuern erheben, nur Staaten dürfen Schulden aufnehmen, weil nur Staaten sie aus künftigem Steueraufkommen auch wieder zurückzahlen können. Die EU ist aber nach höchster Rechtsprechung kein Staat, immer noch nicht. Und sie darf gemäß Lissabon-Urteil des Verfassungsgerichts von 2009 ohne Volksabstimmung über eine Aufgabe der deutschen Staatlichkeit auch niemals einer werden. Dieses Referendum aber wird den Deutschen seit Jahren und Jahrzehnten vorenthalten. Der vorliegende Vorschlag präjudiziert einen hochgradig illegalen Zustand eines EU-Staats, für den es in Deutschland niemals eine demokratische Mehrheit geben würde. Merkel und Macron haben mit diesem Vorschlag eindeutig den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen. Es ist die Pflicht dieses Bundestags, den Marsch in die völlige Rechtsbeugung zugunsten eines illegalen Bundesstaats EU-Europa zu stoppen. Wir dürfen das nicht erneut dem Verfassungsgericht überlassen. Herzlichen Dank. Ja, der Mann hat sowas von recht. Es ist einfach, was da passiert. Es ist verfassungswidrig. Ja, jetzt nehme ich die einzelnen Staaten auf. Die EU nimmt den Kredit jetzt auf. Das geht überhaupt nicht. Das ist völliger Blödsinn. Das ist rechtlicher Schwachsinn. Es darf so auch nicht passieren und das wissen auch alle. Aber, ich komme nochmal zurück, Uschi steht vor der Pleite. Uschi sagt, auseinanderbrechende Eurozone. Und das ist von Anfang an. Diese Pandemie ging es nur in Europa jedenfalls um das Thema. So, und jetzt würde ich gerne mal wissen, der Professor Dr. Hirte, CDU. Das ist der Mann, der mich in Berlin vertritt. Ihm werde ich schreiben oder anrufen, so wie beim Böhringer. Den Böhringer habe ich heute angerufen, war ein sehr nettes Gespräch mit seinem Büro und habe gesagt, wann wird endlich darüber abgestimmt, im Bundestag erneut darüber abgestimmt, dass wir keine Pandemie mehr haben. Wir haben keine Ausnahmesituation mehr wegen einem Virus. Das ist unter einem Prozent, unter einem Prozent. Das heißt, wir haben keine epidemische Lage von nationaler Tragweite mehr und darüber muss im Bundestag abgestimmt werden. Das habe ich dem Böhringer Büro gesagt. Bitte bringt das ein. Wir haben noch zwei Sitzungen vor der Sommerpause, dass neu abgestimmt wird. Es gibt keine Pandemie mehr. Es gibt keine mehr. Herr Hirte, auch Sie von der CDU, stimmen Sie dafür, Ansteckung, Infektionsrate unter einem Prozent. Es ist nichts. Es ist gar nichts. Wir wollen diese Grundrechtseinschränkung hier nicht mehr haben, weil keine Pandemie mehr besteht. Darüber muss neu abgestimmt werden. Ich werde den Hirte auch noch anrufen. Ich halte euch auf dem Lauf, was Böhringer dazu gesagt hat. Er findet es eine, oder sein Büro hat gesagt, es ist eine gute Idee, darüber neu abzustimmen. Also, es geht ums Geld. Es geht ums Geld. Es geht um die Kohle. Höchste Eisenbahn. Und wir haben keine Pandemie mehr. Und ich sehe es einfach nicht mehr ein, dass wir hier alle Pandemie spielen sollen. Wir spielen. Das ist wie Kindergeburtstag. Unter ein Prozent der Leute haben hier Corona. Es sterben relativ wenig an Corona. Trotzdem müssen wir alle mit der Maske in den Supermarkt gehen. Trotzdem sind unsere Grundgesetze weiter eingeschränkt. Was soll das? Ich will keine Pandemie mehr spielen für euch. Hört auf mit der Scheiße. Stellt im Bundestag fest, dass wir keine epidemische Lage von nationaler Tragweite mehr haben. Es reicht. Es ist vorbei, Freunde. Es ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020